Du willst ein straffes Gesicht haben? Du möchtest, dass dein Hals straff bleibt? Du möchtest, dass deine Augen gesund bleiben und strahlen? Wie du damit anfängst, um weiterzumachen, erfährst du von mir in diesem Workshop. Preis für diese faszinierenden 2 Stunden pure Verjüngung nur 27 Euro. Blumys Beauty im Facelift besteht aus Gesichtsübungen, die nicht nur die Muskeln unter der Gesichtshaut straffen, sondern vor allem die Blutzirkulation und den Lymphfluss erhöhen. Dies wiederum führt zu einem jugendlicheren und strahlenderen Tag, der sofort sichtbar ist. Dann gleich hier anmelden, info at blumi.com Du musst nichts installieren. Du bekommst den Link per Mail, draufklicken und schon bist du im Zoom-Workshop drin. Benötigt wird eine Webcam und eventuell Ton und Mikrofon, wenn du Fragen stellen und mitreden willst. Und das wäre sehr schön. Funktioniert alles auch mit Tablet und Handy. Anmeldung über info at blumi.com Und wir sehen uns schon nächsten Sonntag, um das Gesicht straffer zu halten. Deine Verjüngungstrainerin Uta Baranowski Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020